Hallo und herzlich willkommen bei RedDogGamble, ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Godness Prime Chaos in Deutsch. Ich werde es mal starten, ich habe es auch schon heruntergeladen, meinen alten Account habe ich auch gefunden, ist auch schon angewählt, das ist super. Da ist mein Charakter, Spiel betreten. Ich werde mal sagen, ich gehe mal kurz auf und bin gleich wieder da. Oh Scheiße, ich hatte ja ausgemacht, ich habe vergessen die ganze Zeit anzumachen. Na gut, ich habe gerade die ganzen Ladies fertig gemacht, was ich eigentlich aufnehmen wollte. Hm, das gibt es doch nicht. Ich glaube ich habe bei Aufnahmen, Wiederaufnahmen mit dem falschen Knopf gedrückt. Na egal. Auf jeden Fall, das war jetzt gerade der Allianz Boss gewesen. Ich gehe nochmal auf Allianz drauf. Hier bei dem Boss haben wir gerade, den haben wir gerade, gegen den haben wir gerade gekämpft. So, kann aber am Tag gemacht werden, kein Problem. Okay, 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 okay. Ich habe, wie gesagt, gerade die ganzen Dailies fertig gemacht. Und, ja, und da ist das, was ich haben wollte. Ich habe die ganze Zeit jetzt gerade den hier gesucht. Na ja, was halt die ganze Zeit. Ach, Schweinhai. Nein, nicht hoch. Jetzt auch. Gleich kommt eine Kiste. Da ist sie. Zumindest habe ich noch 10. Nein. Da kriege ich noch eine Münze. Vielleicht kriegt ihr jetzt. Letzte Münze. Okay. Noch eine Münze. Oh, bitte. Mist. Gut. Da ich ja jetzt gerade die Dingens gemacht habe. Die Dailies. Die Dailies. Mal schnell was anderes. Erneut schlagen. Und noch einmal draufschlagen. Da kriege ich noch mal draufschlagen. Da habe ich nichts. Oh, okay. Gut. 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 Der Altar. Hier sind wir wieder. Okay. Events. Oh, schon was fertig. 2 Kuchen. 2 Kuchen. 1 Stein. Wofür ist der? Hm. Brauchen wir nicht. Ersucht mich hierzu. Vielleicht im von mal. Ähm. Schlacht. Oh, ja. Ich kann auch mal sagen. Dann will ich jetzt mal meine Kampagne weitermachen. Dann will ich jetzt mal meine Kampagne. Dann will ich jetzt mal meine Kampagne. Und den muss ich jetzt noch einmal auf schwer besiegen. Oder auf Altraum besser gesagt. Oh, das wird schwer. Oh, das kann ich gar nicht. Ich bin doch so schwach. Das konnte ich mir nicht schon denken. Hm. Kein Geld mehr. Ich bin pleite. Wie kommt man hier an Geld bei dem Spiel? Eigentlich war ich ja immer oder hatte ich ja immer sehr viel Geld gehabt. Bei dem Spiel. Ah, ich glaube das war richtig. Gab es da nicht immer viele Dungeons, wo du rein rennst und ganz viel Geld kriegst? Ich glaube das war richtig. ...gegeben sich ein bisschen wind? Show me see what you're made of... Show me see what you're made of... W-Warrior? So nice to meet you! Julia D-Mild... W-Warrior? Lass mal die Unterquests machen... ...genau dann halt. Zynthie schreibt... Kann ich eine Quest nicht trotzdem fertig machen, wenn ich den hier mache? Oh ja. Gewinne 10 Episoden nacheinander. Ok. Ein Kampf. Ach ne. Das waren ja schon 10. 20 Episoden nacheinander. Hmm, keine Energie mehr. Oh ja. Ich habe mich nicht gesagt, dass ich mich nicht so fühle, dass ich mich nicht so fühle. Ah, willkommen! Muss ich das machen? Was soll ich hier machen? Einmal trainieren. Okay. Das schaffe ich nicht, die Episode 5 bis 6. Doch, die schaffe ich. Keine Energie mehr. Na gut, das schaffe ich doch nicht. Dann mache ich schnell noch hier die ganzen Punkte fertig. Erfolge. Einfordern, einfordern, einfordern. Schön, fertig, Tasche, Fragmente. Fragmente. Kombination. Ausrüsten. Okay. Fragmente. Kombination. Ausrüsten. Helden. Aufstieg. Schnell suchen. Speisen. Verzaubern. Geht nicht. Denen geht nicht. Okay. Äh, wieder auf den Charakter. Erfolge. Einfordern, einfordern. Und... Zünder. Ah, kein Geld. Allianz. Boss haben wir schon gemacht. Allianz Krieg. Hhm. Mmmmm. Ach, das war ich doch gerade. Gut, ja, dann würde ich mal sagen, ich habe immer wieder kein Geld. Aber hier gab es doch irgendwo eine Dungeon. Da konntest du voll viel Geld machen. Ich habe 177 Gold. Das ist wirklich sehr wenig bei den Spielen. Spielmodus. Hier muss es irgendwo sein. 1922 Arena Schatzplündern. Oh, keine Ausdauer. Ne, das war aber nicht Schatzplündern, was ich meine. Allianz Drachen, meistens in der Brunnenstamm. Kettennen, Tempel der Liebe. Untergrund Allianz. Verlies. Bossa. Bildnis. Pferderennen. Ja, ich glaube das war hier Scharmitz Krieg, oder? Ne, ne, nicht Scharmitz Krieg. Das soll ja hier dagegen gehen. Ich weiß es nicht. Oh, das war ein anderes Spiel. Ich weiß es nicht. Oh, das war ein anderes Spiel. Knie. Oh, gleich tot. Down. Oh, okay. schnell wieder raus da und dann würde ich mal sagen das war's für heute leider habe ich die hälfte vergessen aufzunehmen tut mir reit ich hoffe morgen wird es wieder besser dann sag ich mal dankeschön fürs zuschauen ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten mal wieder dabei seid bis da wünsche ich viel spaß und auf wiedersehen tschau tschau